Liebe Grüße recht herzlich zur NHL 20 zu der Saison mit den Adlern aus Mannheim. Ja, ich hoffe, ihr seht euch gut. Ihr seid zwei Liga drauf und ihr habt bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und nach einem 3 zu 1 Sieg. In der letzten Folge versuchen wir es in dieser Folge gegen Deggendorf genauso. Und wir starten los. Wir sind zu Gast in Düsseldorf. Ah, Düsseldorf, Entschuldigung, Entschuldigung, Düsseldorfer, ich bin gerade vorher ETS gefahren und... Wahrscheinlich bin ich da jetzt mit irgendwie was durcheinander gekommen. Aber so bin ich halt, die haben wir klimiert durcheinander. So. Mannheim macht es 1 zu 0 auswärts. Mannheim macht es 1 zu 0 auswärts. Vom Tommi. Schön oben, links in die Ecke. Ich werde versuchen, das Wochenende die komplette Hellrider-Mannschaft zusammenzustehen. Und dann anfangen, Videos zu produzieren mit denen. So dass wir dann... Ah. 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 Aber EIS-Hook gibt so Videos auch. Und nur zusätzliche EIS-Hooken-Videos auch. Oh. 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 Nüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüήüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü So, jetzt schauen wir mal, gehen wir mal, aber wir sind nicht schon vorhin, wir werden jetzt kurz die Führung halten, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, ich bin ein bisschen informiert und deswegen möchte ich, rede jetzt nicht so viel, damit ich eben nur ein gescheites vernünftiges Video-Fing machen kann, weil es bringt gar nichts, wenn ich so unkonzentriert spiele, weil ich habe es nicht versprochen, ich spiele mit Mannheim genauso, als wir mit den Münchner gewünscht die Saison mit Mannheim-Winger, das ist das Ziel, und da muss man auch immer mal gleichzeitig die Fresse halten und konzentriert spielen, auch wenn das für ein YouTuber ein bisschen ungewöhnlich ist. Mhm. Mhm. M-hm. The Frozen-Biscuits dropped and we are back underway here. Last minute of play. He whacks it into the offensive zone. The Eagles gain control of the puck against the wall. Now he takes it over the line. Ja, aber mit 1-0 gehen wir in die Pause. 5 Spieler muss ich noch bauen. Entschuldige, ich rede gerade mit mir selber. Ich habe gerade auf meine Liste geschaut. 5 Spieler habe ich noch zum Bauen und die Mannschaft und dann gab es dann auch die Spiele mit den Hellriders. Aber dann mache ich nur die NHL-Serie. Also ich mache kein AHL mehr. Jawohl! Wer hat es durchgemacht? Der Mannheimer. Mit der Nummer 53, der Moritz. Der Moritz Seider. Seider, oder? Das ist so schlimm. Aber der Shooter hat genug Zeit, um etwas Raum zu finden. Er sieht es und er hat es nicht missen. Schön. Schöööööön und einen. Manheim hat jetzt eine 2-Gole-Lied. Sind Sie auf die Theorie, eine gute Defensive ist eine gute Offenheit? 100% in einem bestimmten Weg, dass das ein gegnerisches Tor vorhanden wird. So. So. So Ich habe die Version 1.20 Queens für den. Es ist so süß, dass ich das Video aufnehme. Mannheim's lead hier in the second period a direct result of being the more aggressive team offensively play resumes as they win the draw here inside the offensive zone takes it from the other side of the blue line puts it up front and here they come on the attack handles the puck Larkin's moving the puck through his own zone they've got the defense outnumbered puck not loose after that hit Mannheim's ready to go on the attack with the stop they've got the defense outnumbered oh and a good heads up defensive play Dusseldorf's got the puck here in the open ice put it on ball and that slams off the iron Dusseldorf still gonna have to grind away here they trail and they're looking for something to go their way that didn't help there is a free Adler there is a free Adler there is one on the attack along the boards moves across the point and less than a minute to go here in the middle frame shot and he elects to play the puck carries it in comes up with the stop there is a goal up and we go with 2-0 into the last third phase 2-0 is where we sit after 40 minutes of play now I have to Düsseldorf to fall in the game and we have to get this third phase on the way I want to go on the way and we have to get this welcome back everyone both teams lined up Wir sind bereit, um diese 3. Periode zu führen. So, wir haben die Pülle. Oh fuck! Knopf! Um momento drive towards the net Takes the feed Buchert takes it across the line It snaps onto the net blockers save 2-0 Hockey game Back underway and they take possession here inside the offensive zone Sends the pass over Through center along the wing super haben wir schon das 3 zu 0 für mannheim es tut mir so leid ich bin so verkehrt mir rinnt die nasen und wenn ihr die ufo schneiden dann hat sich wahrscheinlich das für mich für die eagles seem to be playing right to the final whistle here tonight right yeah everybody's having fun everybody's getting points and they are steamrolling their opponent along the half wall with the pocket back to the point it goes that's out of reach and out of the offensive zone manheim's got it in their own zone just the doors got the puck along the wall lets it fly and that one stopped handles the pass from his goalie through pass ahead gotcha's got it in the corner receives the pass right in the slot stopped by the blocker in tight he had to make an excellent save huge steal on his own end looking to make something happen in the offensive zone and that one's broken up the eagles have it from their own end takes it across the blue line drives it to the front of the net nice poke check inside the attacking zone great defensive play to come up with the puck with possession along the wall here's a shot and a great scene manheim's gained possession along the boards in the corner of the offensive end takes the puck into the quarter of the offensive end wrist shot from the slot and that's blocked away gets it out of his own end into the corner of the attacking area makes the save save made by the goalie nice work in there but it's not at all i don't know that my sports friends we're gonna wanna bring this big lead home we got our control but we're gonna start running the draw here inside the offensive zone the backhander stopped by the goaltender manheim's a big time here in the late stages of this third period finally reaches its final minute Oh, man. Und wir haben es geschafft, ein 4 zu 0 zu erreichen. Ja gut, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Dann simulieren wir noch vorne. Und zwar auf dem 4., auf dem Freitag gegen Wolfsburg. Gut sage ich, gut sage ich. Ich hoffe, es hat Ihnen dieser Spieltag gefallen, meine lieben Sportsfreunde. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentare natürlich auch. Ich wünsche Ihnen morgen allen, die in Deutschland sind und mir zuschauen, morgen einen schönen Tag der deutschen Einheit. Ich weiß nicht, ob es generell in ganz Deutschland Feiertag ist oder nur stellenweise. Das weiß ich leider nicht. Vielleicht hat es auch ein verlängertes Wochenende. Dann habe ich hier ein Bergs-Eishockey-Wochenende, jeden zweiten Tag ein Spiel. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreunde, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir dieses Video hier umschaukst, vergesst mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität im Stadion ist gut. Aber vor und nach jedem Eishockey-Spiel bin ich, wie ist er draußen, doch ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann mit uns über alles normal reden. In diesem Sinne, mit dem Sportsfreunde, bleibt mir gesund und vor allem, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.